Herzlich willkommen bei uns im Zwei-Täler-Land im wunderschönen Elsthal-Hotel. Meine Eltern haben 1972 aus dem einfachen Bauernhof die Höhenpension Schwarzbauernhof eröffnet. Mein Mann und ich leiten das Hotel seit 2000. Wir haben sehr viel in unsere Wellnessbereiche investiert, haben Schwimmbäder, Ruhräume, Saunen, viel Natur hier im wunderschönen Zwei-Täler-Land. Dafür haben wir zwei Fitnesstrainer, die Nordic Walking und Fahrradtouren anbieten, zwei Wanderführer, die zweimal in der Woche Wandertouren mit Einkehr anbieten. Also da lässt sich die Natur wunderbar genießen. Aber auch für unsere Mitarbeiter, nicht nur für die Gäste, haben wir sehr viel investiert, denn ein gutes Team und viel Gastlichkeit, das macht letztendlich das Elsthal-Hotel und die Familie aus. Wenn Sie Lust haben, hier im wunderschönen Zwei-Täler-Land bei uns Urlaub zu machen, wenden Sie sich an uns über die Homepage oder über das Prospekt. Wir freuen uns, endlich wieder Gastgeber sein zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.